Bei der Herzdruckmassage ist es wichtig, dass Sie sich den richtigen Ort suchen. Der Ort ist die Mitte des Brustkorbes und das Ganze auf Höhe der Brustwarzen, das heißt im Prinzip genau hier. Dann nehmen Sie Ihre beiden Hände, legen die übereinander, strecken die Arme aus und fangen an, schnell und tief zu drücken. Sie müssen ca. 100 Mal in der Minute die Herzdruckmassage durchführen, Sie müssen tief drücken und Sie müssen gut entlasten. Als Laie brauchen Sie keine Mund-zu-Mund- oder auch Mund-zu-Nase-Beatmung zu machen. Das Wichtigste und das Einzige, was Sie machen müssen, nachdem Sie Hilfe gerufen haben, also die Feuerwehr 112, ist die Herzdruckmassage zu Beginn, bis Sie Unterstützung haben, bis die Rettungskräfte also eingetroffen sind. Sie können nichts falsch machen, das Wichtigste ist, dass Sie anfangen, die Herzdruckmassage zu machen und das machen Sie, solange Sie können. Und wenn Sie nicht mehr können, weil es nicht mehr geht, dann versuchen Sie Unterstützung zu kriegen, dass jemand von den Umstehenden übernimmt und wenn sich keiner findet, dann müssen Sie eben aufhören. Dann ist das nun mal so.